Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Vasen. Das High-End-Produkt in unserem Vase-Test geht an die Tiresas-Vase. Maße 10 x 10 x 23 cm. Der niedrige Verlegung macht dieses Esstisch zum perfekten Begleiter. Diese stylischen, hohen Bodenvase wurden handgefertigt. Dies ist eine einfache und einzigartige Keramikblume-Vase für Blumen aller Arte. Sehr edel und robust die Deko-Vasen sind vielseitig einsetzbar und werten jeden Raum optisch auf. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die Silke Atelier Vase. Vielseitig und elegant, die klassische Vase ist ein aufmerksames Geschenk und kann im ganzen Haus verwendet werden, zu jeder Jahreszeit. Verpackung Luftpolsterfolie zum Schutz verpackt. Ideal zum Verschenken. Blumen nicht im Lieferumfang enthalten. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Vase-Test ist die Amazon Commercial Vase. 958 ml Glasvase mit elegantem Design und dickem, stabilem Boden ideal für kleine bis mittelgroße Blumensträuße und andere dekorative Arrangements. Hergestellt aus 100% Allzweck Kalknatron-Glas geruchsneutral, schmutzabweisend, bruchsicher sowie Ketnium- und bleifrei geeignet für den Heim- und Restaurantgebrauch. Kristallklares Glas bietet außergewöhnliche Klarheit, um farbenfrohe Kreationen und auffällige Präsentationen hervorzuheben. Geschirrspüler und Mikrowellen geeignet bis 35 Grad für Heim- und Gewerbezwecke nicht ofenfest kann Temperaturen im Bereich von 10 bis 100 Grad standhalten. Wenn es langsam erhitzt und abgekühlt wird, geben Sie kein heißes Wasser in ein eiskaltes Glas. Wenn dir das Video gefallen hat würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.